Guten Morgen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum Trading-Tipp heute am Dienstag. Wir haben uns für die Aktie von Jenoptik entschieden, dürften die meisten Anleger kennen und wir sehen es hier im Kursverlauf schon, warum das auch so ist. Das ist hauptsächlich aus charttechnischen Gründen. Wir haben den Widerstand bei 30 Euro im Visier, sind jetzt zum dritten Mal in Folge über dieser Marke, jetzt nicht sehr signifikant, aber der Trend spielt doch in die Richtung nach oben und wenn wir uns einen längerfristigeren Chart mal anschauen, da sehen wir, wo die nächsten Ziele eben sind. Also, einmal hier noch dieser Abwärtstrend, den haben wir jetzt auch, ja, sehen wir hier sehr schön gebrochen und das nächste Ziel ist jetzt der Bereich 33, 34 Euro. Das sind 10, 12 Prozent, die wir hier Kurschance sehen aus technischer Sicht. Fundamental, die letzten oder die Zahlen, die man vorläufig bekannt gegeben hatte, waren sehr gut. Man strebt ein weiteres profitables Wachstum an, man kann sich weitere Zukäufe vorstellen. Also, insgesamt sehr solide Nachrichtenlage, was das Unternehmen betrifft. Wir haben uns sehr gut wieder erholt, knabbern jetzt am Widerstand. Wie gesagt, passt eigentlich vom Paket her. Deswegen ein Faktor Long unseres Partners Morgan Stanley. Die ME0JM8, der Schein kostet 13,93 Euro und hat einen Faktor von 3. Und ja, 18 bis 19 Euro sind jetzt auf jeden Fall drin auf Sicht der nächsten zwei, drei Wochen, sage ich mal. Gestern war es BMW. Die akzeptiert sich noch ein bisschen eben diesen Widerstand bei 105 Euro zu knacken. Gestern ein leichtes Minus, auch heute Morgen leicht im Minus. Es gab ja Zulassungszahlen und da war BMW mit der stärkste deutsche Autobauer mit plus 30 Prozent im Januar, was die Zulassungen betrifft. Aber die Aktie trotzdem noch, ja, im, ich sage mal, im ersten Gang unterwegs, noch nicht im dritten oder vierten. Die Aktie deswegen, oder der Schein, den wir gestern empfohlen haben, leichte Minus von 15,04 auf 14,40. Das ist ja nicht dramatisch. Das ist ja nicht mal ein Prozent, dass wir hier vier Prozent sind, aber alles nicht so dramatisch. In der Aktie wird er jetzt ein Prozent reichen, so war es gemeint, um eben die Verluste wieder aufzuholen. Also, alles noch im Lot. Natürlich sollte die Aktie zeitnah den Bereich um 105 Euro überwinden, um dann eben so richtig Dynamik zu empfachen und dann vielleicht auch mal in den fünften oder sechsten Gang hochzuschalten. Das war es von mir. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit den Tipps und ja, würde mich freuen, wenn Sie uns morgen wieder besuchen. Um die gleiche Uhrzeit, bis dahin, machen Sie es gut.